Ihr Nein, stelle ich jetzt hin! LOL Scheiß, das geht nicht Hi, hier ist euer Selberkrieg RP mit RP und Mama XT gespielen Wir haben heute Fall Dawn Ja, äh, hoi Ich bin schon in der Aufnahme Ich auch Achso, okay Nein, ich hab doch gar nicht Null Doch nicht Alter, ich bin, ich flieg das ganze durch Dinger durch Soll ich hab' mir geschwert? Ich hab' mein Holzschwert, wie toll Nur Sachen zum, äh, scherz Wir sind eh wieder Team, oder? Ja, wir sind eh wieder Team Ja, gut Ja, gut Ich hab' dir Rüstung Ich hab' gar keine Rüstung, Leute Ich hab' nur ein bisschen Ich hab' wie nen' Eisenbanzer JA Ihr könnt' ihr mir irgendwas... Ja, ich brauch' nur meinen Bogen, ich brauch' nen Bogen und dann wär's perfekt Ja, ich hab' Pfeiler auf ihn Lol, ich hab' Pfeiler Ja, ich hab'n Helm, ich bin so geil Ja, ich hab'n Helm, ich bin so geil Ja, ich hab'n Hose und Pfeiler Und nochmal Pfeiler Also warum immer Pfeiler, lol? Ich hab' die Schöne Der Chassplatte Ich hab' nichts Ich hab' eigentlich auch gute Sachen Ich hab' sau schlechte Rüstung Okay, nicht zu schnell Karte mir jemand von euch da Ich hab' Black Powder für irgendjemanden Ich hab' auch Clone Powder und ich hab' auch Clone Dust Ich hab' auch Clone Powder und ich hab' Clone Dust Ich hab' auch Clone Dust Es bringt sich das ja nicht Clone Dust Wohr, jetzt noch mal die gleiche Map, okay Enchant' Warum die gleiche Map, ja ja das muss ich warte 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 wo ist dieses kacke ich weiß wo der hat man alle zum brautisch wir müssen mal ein bisschen jetzt tauschen hier nein hallo ich verarschen wir tauschen jetzt wo bist du wo seid ihr ich bin ja ich muss mal ich hab scherfe 1 rückschluss 2 haltbarkeit 1 verbrennung 1 und bann 1 lol die rückwärts geht kann man mit diesem black powder wenn man die dreimal reintritt ich kenne mich beim braun ganz aus kann mir dass wir erklären ficken okay gut dann weiß ich nicht kann mir jemand was geben wo seid ihr seid ihr habt braut brauchen putzen schützt was von der kommende das mit los klar dass die mich gibt es unter nein gibt mir ein von dem zurückgebeinten die städte als immer ein von den zurück ich habe nicht eingesammelt ach doch habe ich in diese schwarzen gewünscht ich gebhrt das auch ich bin mir ganz so nicht aus und brauche es ich kann aber was gibt es mir verlob ja ich bin ich nicht brauchst du ihn ist ja nicht nimmst nimm das zurück ich muss jetzt was ganz schön braun was kann ich kann man brauchen da reinwerfen und dann rechtlich mit dem scheiße jetzt habe ich hier bremsen Minioßen für die dritte einfach mit Kuh einschmeißen damit im Stabrechtsklick und dann kriegst du was denn die Prozzeiten die Bescheidung machen und was ich möchte um die ersten und da sind ja wo seid ihr es sind wir sind bei braun da wurde ich bin auch genau da wohl verlaufen so erinnert sich nicht selbst macht nichts wo es geht um es geht schon los hierhert wo seid ihr eingreifen ja ich habe feiern ist weg auf mein Weg seitdem er wird nicht getötet hat oder wie er ich habe hier bereits Menschen ich möchte auch das geht da hinten ab da gehe ich nicht nochmal hin ich komme aber 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 ich der auch aber 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 ich habe dich geschlagen ja ich weiß und der ist ganz schnell weg muss man ganz ganz schnell weg also so richtig schnell und so ja ich gehe auch hinter den auch braucht eine Hilfe von meinem Apfelkuchen ist ein Apfelkuchen das ist so so unten ist einer tötet ihn tötet ihn ich habe ihn getötet so ich habe Level bekommen ähm ich habe meine Brustplatte und meine Hose so wo seid ihr ja wir sind mitten im Fight und du wo wir brauchen nur mehr zwei Leute zu killen und die kill sind ich gerade selber ja wo seid die denn oh ne scheiß ich seh nur Peter ich bin daneben oh ja ich hab' gekillt Epic einen noch killen und dann Hammers welchen den da hinten ja antwort okay dann hol mir was was ist du ich bin schon tot echt jetzt ja schon längst also Peter dann Loll wer ist ja noch zwei ja scheiße ich verfolgte gerade ein Pixel TV der hat keine Chance jetzt nur Eisenspürt ich bin jetzt der Moderator ich habe ihn getötet das ist ein schwerer Kapp der Verhältnis zu stellen ich habe mich für die Folie zu tun okay wo ist es der andere guck mal auf YouTube hallo ich bin der Wettel ein Rund und im Wasser da im Wasser über die Brücke das sind unter dem Wasser als in den Kilmer ist das sagt doch etwas gar nicht das was gar nichts g er Nein, kann ich nicht, kann ich nicht, ich will nicht. Oh, sorry, sorry. Ahaha, kaputt. Jawoll, gut, dann Endmatch. Warte, warte, jetzt muss ich noch mein Zeug entschalten, okay? Alter, schon wieder so eine gute Runde. Ja, Mann. Zwei geile Runden hintereinander. Oh, chillig, ehrlich. Chillig. Okay, warte, ähm, dann hier die Eisen-Chest-Plane, entschalten und den Helm. Ha, ich kann nicht erspeckten, also kannst du nicht sehr wenig davon in den Arsch. Ähm. Ich? Fuck. Okay, ich kann nicht mehr verzaubern, aber ich hab... Warte, was kann ich, kann ich, warte, was habe ich? Ich hab's nur Scheiß auf mein Schwert, nur. Ey, Leute, da hat einer geschrieben, Team Arsch, dich, ja. Ja. Ist mir so scheißegal, was ich schreibe. Lol, ich hab Arrows, die ich nicht benutzen kann, und Bullets. Was sind... Geht's sterben, der hat geschrieben. Okay, okay, okay. Geht's sterben? Ja, gut, scheißegal. Okay, Fett, auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, klar, jetzt wird er nämlich alles um. Ich warte, du scheiß. Lol. Die Federmäuse ist heute nicht angreifen. Scheiße. Wie viel Herz hast du aufstückt bekommen von meinem Gehalt? Gar nichts, was? Von deinem Schwerd. XD. Wie viel Anzug? XD. Ich hab noch fliegt. Ich hab auch noch aufladen. Ich hab jetzt gesagt, Boah, Mama. Gernig so weg. Nein, 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 nein. Ich hab noch 20 Pfeiler, die will ich nicht an dich vergeuden. Eh, die will ich an dich vergeuden. Block, 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 Block. Wegkanschen, wegkanschen, wegkanschen. Loll, es leckt so sehr, wenn man brennt. Alter, der Bogen verzieht ja tausend Dinges ab. Echt, der zieht was ab? Ja. Der verdreht nicht so viel weg, Junge. Ja, ich muss erstmal wieder aufladen, Alter. Ja, das ist bescheißegal. Boah, ich tu, hast mich nicht getroffen, gut. Verdammt, ich sterbe hundertprozentig. Nein, nein, stirb! Huuuuiiii! Hör auf zu brennen, scheinbar! Ja! 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 Okay, gute Runde. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, zwei Runden in Folge reichen. Einmal Pads gewonnen, einmal ich, oder? Ja. Gut, das war's, tschau. Epic Cake ist ein kleiner Loser. Ja, er hatte auch Pech. Ja, er hatte ganz viel Pech. Ja, drei Leute, die gegen mich sind. Ja, okay, hier ist noch Pech. Es ist immer noch ein Pfeil im Kopf und im Arm. Und überall. Ja, das ist von dir, ey. Wo ist Epic? Die hat immer nur Pfeile im Kopf, ganz Epic. Na, du hast nirgends, hab ich auch Pfeile im Kopf? Nee. Nee, aber die hat immer nur Pfeile im Kopf, oder? Ja, okay, also dann war's von dieser Runde und tschau. 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 Tschau mal. Tschau mal. Tschau mal. Tschau mal. Tschau mal. Untertitelung des ZDF, 2020